Applaus 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 Angeführt wurde, beide Mannschaften Vom heutigen Schiedsrichter-Gespan an der Spitze Fabienne Micheál An ihrer Seite Marcel Schütz und Timu Klein Auch Ihnen einen angenehmen und erfolgreichen Aufenthalt Hier auf Platz 4, neben dem Prinz-Alter-Stadion. Ich fang mit dem Nächsten um die Südtribüne. Das sieht schon voll gut. Ich guck genau zu, also Millionen mit dem Südtribüne. Ich fang mit dem Dauer-Card, ich fang mit dem Band. Ich fang mit dem Band. Das ist geil, Alter. Es braucht nicht Spaß. 35 Euro oder so. Hattels kennt mich doch. Hattels, Hattels, Hattels. Ich fang mit dem, ja, schlitzend verdammt. Du, ich fang mit dem Hauptleben. Aber ich hab' den K-Visit-Card und ich fang mit dem Band. Aber ich hab' den K-Visit-Card und ich fang mit dem Band. Ja, ich fang mit dem Band. Ich hab' den Vakar. Ich fang mit dem Band. Ja, ja, ein Spieler. Ich fang mit dem Band. Ich fang mit dem Band. Ich fang mit dem Band. Hey, hey, Elbo, Elbo! Hey, hey, Elbo! Hey, die K-Visit-Card! So! Komm, bald! Ja, bald! Yes! Yes! Jawoll! Oh, ein Lusenschief. Hey, der Klebe. Der Rehagel kommt gleich. Martin, ich fang mit der Böse. Oh, der Klebe. Wann ist das? Ich hab' gesagt, es geht 17-0 aus. 17-0 verspielt, Leute. Hast du denn 5 Eurofant? Ja, und das hat ja 5 Eurofant, Leute. Ich fang mit dem 5,50 Eurofant. Ich weiß nicht, warum ich das betrunke. Jawoll!